So, das neue Update ist da und damit auch die neue Waffe, die Stein-Stoßpistole. Hier ist der neue Shop, es gibt eine neue Tarnung und einen neuen Tanz. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Creator-Code benutzen würdet. Rechts unten im Shop einfach ARIANFN eingeben und bestätigen. Ja, damit könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Auf jeden Fall werde ich jetzt ein bisschen Duo spielen. Mit dabei ist jetzt ASYTV. Moin! Ja, wir werden einfach chillig spielen, die neue Waffe testen, die neue Pistole und ja, ich habe gehört, die ist mega stark. Ich bin mal gespannt. Los geht's. Oh mein Gott, ich habe sie gefunden! Was? Da drinnen! Oh, Steinschusspistole. Was? Die lädt aber viel zu lange nach. Hat die wie viel Schaden macht die? 86 Schaden in Grau. Das heißt, Headshot macht über 170 Schaden. Ach, ist dann das Doppelte oder was? Ja. Die bei mir habe ich. Das sind noch mehr Gegner. Er ist unten. Er ist hier! Mitgemacht. Oh mein Gott, was wollen die alle von uns? Hier ist die neue Waffe und hier ist ne... Komm, komm hierhin. Hier kriegst du einfach, was ich habe. Danke. Nimm dir alles. Nimm das andere. Nimm dir alles. Okay. Jemand trinkt was. Ich glaube, der ist über uns. Boah. Och nö. Lauf weg. Das schaffst du nicht. Och nö. So, komm, jetzt die neue Waffe. Was? Wow. War das gerade... Ne 170er Headshot? Ja! Hab ihn! Nice. Oh, oh! Bau dich ein. Hier ist die Waffe in blau... Ich habe ihn mit der Waffe geholt. Nein! Wirklich? Aber das ist irgendwie komisch. Man fliegt ja so weit zurück. Seltsam. Hast du vielleicht was zum Heilen? Oh! Ich bin tot! Noch nicht, aber gleich. Oh, ich habe keine Mets mehr. Ja, ich bin... Auf jeden Fall verloren. Ich habe noch einen mit der... Mit der Waffe. Oh, nice. Jeder will sich jetzt bei mir reinbauen. Wäre gut, wenn du ihn erledigen könntest. Oh, der eine ist offen. Der eine ist oben. Komm schon, komm schon, du schaffst das. Ja, ich schaff's. Ja. Hier. Habe ich mit der Waffe geholt. Alter, ich habe schon drei Leute mit der Waffe geholt. Ja, Achtung, Achtung. Guck mal hier. Die macht einfach... Ist schon ein grau 86 Schaden. Ja, und jetzt hast du sie in grün. Oh, danke. Oh Mann! Wie kann ich das abkacken? Zöger. Habe... Achtung. Puh. Du hast mir den Kill geklaut. Die Waffe, Alter. 172 Headshot. Nein. Hier ist einer. Auf dem Dach. Sehr schön. Hab ihn Hab ihn mit Spitzhacke gehauen Lächerlich Hab den hier unten Bei mir, bei mir, bei mir auf jeden Fall Einer One-Shot Hab den bei dir Nice Da ist er, der ist runtergegangen Hol ihn dir Warte Ist das deine Falle? Ja Ich hab den einen mit Hacke geholt Hab ihn getroffen, mein ziger Hit Oh Das war ein nicer Shot Das war wirklich Sehr schön Ich würd sagen, ich tanze kurz Nice Oh Hab einen Nice, der andere ist runter Sehr schön Was hat der gemacht? Nice Hier ist die Kugel Wo ist der? Hier, bei mir, bei mir, bei mir Ah, warte Hol ihn dir Oh Wie er gespinnen Ha Hier ist jemand Hier ist ein Gegner Auf dem Dach Warte, ich hab ihn gehittet in der Luft One-Shot, One-Shot Ich werde sterben Oh mein Gott Puh Diese Rettung Du hast mein Leben gerettet Du hast mich zu hart Oh mein Gott Was, du hast ihn? Hier, der ist bei mir, hier unten Hier Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab mich runter editiert Und ihm dann Headshot gegeben mit der Waffe Oh Einer hat nen Hit Yo Wo genau ist der denn? Hab einen Nice Da drinne? Warte, ich hole ihn schon Hab ihn Nice Ah, ja, hier sind welche Nein Er ist runtergefallen Ich wär fast runtergefallen Hab ihn Nice Boah, Hengigleiter ist eigentlich schon wichtig Ach komm Kannst dir geben, wenn du willst Ich lass einfach Sturmgewehr liegen Okay Was? Vorne sind Gegner Einer Hit Auf weite Distanz macht ihr nicht so viel Schaden Einmal Hab einen Nice Finish ihn Leben Ich glaub es kommt noch ein Auto auf uns zu Auf ihn Genau in seine Ferse reingeschossen Nice Ich hab auch noch null Kills Ey Pass auf Du hast null Kills Ja ich hab null Kills, weil du mir alles nicht glaubst Ha Der andere ist bei mir Versuch ihn zu snipen Hat er äh Nice Gut gemacht Bei mir sind zwei Leute Jo Kolltest du bisschen aufpassen Die sind bisschen gefährlich Ja Nee hier sind welche Nein Was denn? Falsche Waffe hat sie in der Hand Soll ich ihn tüten? Hab ihn Ich wollte ihn erst mit dem Spieltag geholen Gut gemacht Oh ich wurde fast gesniped Pass auf Warte ich komm nie kurz Chuck Chuck Ah da unten sind welche Ja Oh ich wurde fast gesniped Gott sei Dank Ich hab einen Ich hab einen Ähm Wir haben ein großes Problem Arien Wir sind genau in der Mitte Hä warum hab ich den Kill nicht bekommen? Ist das so unfair Bei mir Kriegst du es hin? Ja hab ihn Sehr schön Puh das war knapp War wirklich knapp Ich hab mir schon Sorgen gemacht Das stirbst noch einmal Versuch sie auf mich zu Fokussieren Sehr schön, sehr schön Komm Der eine will mich tot sehen Perfekt Hol sie Ich hab einen Der andere ist hier Der will mich Komm 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 Hab beide Wie viel fehlt es ausgelaufen? 19 19 Noch einen Brauch Das kriegen wir hin Das ist noch ein doppeltes Team Na komm Ich kann keine Falle setzen Was ist das denn? Ich werde angek... Ja Hab einen Hab einen Hab einen Der geht los Ja Nice 20 Kills Genau 20 Kills 20 Ja genau Jawoll Digga Perfekt Puh Alter war das eine geile Runde Also 20 Kills mit der neuen Waffe Ich hoffe euch hat es dir gefallen Fatiha könnt ihr gerne einen dann noch oben da lassen Und vergesst nicht zu abonnieren Um nichts mehr zu verpassen Und ja bis zum nächsten Mal So